Hallo, heute der fünfte Teil des Hörbuches Bildung, alles was man wissen muss, von Dietrich Schwanitz. Heute Musik. Viel Spaß. Dietrich Schwanitz Bildung Kapitel 4 Die Geschichte der Musik Es liest Matthias Pornier Über Musik zu reden ist ein wenig so, wie wenn man einen Witz erklärt. Man hat intuitiv schon verstanden, was nun mühselig in Begriffe gefasst wird. Musik ist eben die Sprache jenseits der Sprache. Und sie ist, wie der Dichter Eichendorff sagt, die Sprache der Dinge und macht sie lebendig. Die Sterne machen beim Kreisen Musik und der Geigenkörper antwortet auf das Schwingen der Saiten. Und auch wir selbst antworten. Das heißt, unser Körper swingt mit. Wegen dieser unmittelbaren Resonanz wirkt die Beschreibung musikalischer Sachverhalte merkwürdig distanziert. Eine kleine Terz, sollte man meinen, ist ein unnötiges Pseudonym für das, was jeder Mann aus Feld, Wald und Wiese kennt. Das heißt, den Kuckucksruf. Und trotzdem braucht jede Disziplin solch eine Fachsprache. Auch die Musik. Über den Ursprung der Musik gibt es verschiedene Theorien. Aber alle haben mit ihrer durchschlagenden Wirkung zu tun. Sie stellt den Gleichgang der Herzen und Bewegungen unter mehreren Menschen her und eignet sich daher für die Kommunikation zwischen den Menschen und den Göttern. Die ersten Instrumente waren Flöten und Trommeln. Die Fortschritte in der Metallverarbeitung brachten die ersten Hörner hervor. Verschiedene Saiteninstrumente entstanden. Und nach Erfindung der Schrift wurden die ersten Versuche unternommen, Musik zu notieren. Allerdings lassen die Notate noch keine Rückschlüsse darauf zu, welche Musik da gespielt wurde. Allenfalls kann man aus dem Abstand der Grifflöcher früher Flöten darauf schließen, wie viele und welche Töne in welchem Abstand in einer Oktave verwendet wurden. Und damit sind wir über den ersten technischen Begriff gestolpert. Oktave. Was ist das? Ziehen wir zum Vergleich das Wahrnehmungsfeld des Sehens heran. Da entspricht der Oktave das Spektrum des Regenbogens. Von den sieben Farben nähert sich die siebte, das Violett, wieder der ersten, dem Rot an. Warum? Weil das Violett fast nicht ganz die doppelte Lichtfrequenz des Rot hat. So ist es auch bei den Tönen. Ein Ton besteht aus Schwingungen und erreicht als Schallwelle unser Ohr. Je schneller die Schwingung, desto höher der Ton. Bei der Oktave schwingt der höhere Ton genau doppelt so schnell wie der tiefere. Deshalb empfinden wir diese beiden Töne als gleiche Töne mit unterschiedlicher Tonhöhe. Die frühesten Flöten und auch andere Instrumente verfügten über fünf Töne. Musik, in der fünf Töne Verwendung finden, nennen wir pentatonisch, Fünftonmusik. Wer sie hören will, sollte auf seinem Klavier irgendetwas spielen, bei dem er nur die schwarzen Tasten benutzt. Vorherrschend war in der Frühzeit der griechischen Antike, vor dem sechsten Jahrhundert, der vom Seitenspiel begleitete Gesang der Heldenerzähler. Im siebten Jahrhundert entstand die Gattung der Lyrik, der Gesang zur Lyra. Besonders im rituellen Bereich spielte der Chorgesang eine tragende Rolle, etwa im Hymnos, einem feierlichen Götterlied. Auch die antiken Tragödien bezogen einen Großteil ihrer Wirkung aus der Musik, wobei der Chor im Wechsel mit dem Solisten auftrat. Dem griechischen Theater verdanken wir auch einen wichtigen musikalischen Begriff, den des Orchesters. Das griechische Wort »Orchestra« bezeichnete den halbrunden Bereich vor der eigentlichen Bühne, der im Laufe der Zeit tiefer gelegt und zum Orchester graben wurde. Zwei gegensätzliche Gestalten verkörperten für die Griechen die beiden unterschiedlichen Seiten der Musik. Apollon und Dionysos. Apollon, der Gott der Musik und des Lichts, der Wahrheit und der Dichtung, Leier, Spieler und Führer der Musen, steht für die zivilisierende Kraft der Musik. Dionysos, der Gott der Ekstatik, des Tanzes und des Rausches, versetzt uns dagegen immer wieder in musikalische Trance. Diese beiden Wirkungen der Musik tauchen in vielen Konflikten der Musikgeschichte später wieder auf. Vokalmusik gegen Instrumentalmusik, geistliche gegen weltliche Musik, E-Musik gegen U-Musik. Der Vater, der auf dem häuslichen Klavier des Abends einige Stücke von Bach spielt, ist Apollon näher als seine Tochter, die eher vom dionysischen Sog der Love Parade ergriffen wird. Eine Oktave, so hatten wir bereits festgestellt, repräsentiert ein Schwingungsverhältnis von 1 zu 2. Was ist aber nun mit den übrigen Tönen? Um Ihnen Ihre Plätze anzuweisen, müssen wir einen weiteren Begriff einführen, das Intervall. Damit bezeichnet man den Tonhöhenabstand zwischen zwei Tönen. Auch die Oktave ist ein Intervall. Die anderen Intervalle ergeben sich ebenfalls aus den ganzzahligen Schwingungsverhältnissen zwischen zwei Tönen. Nach dem 1 zu 2 der Oktave wäre das nächste Schwingungsverhältnis 2 zu 3. Dies ist die Quinte, der fünfte Ton einer Tonleiter. Dann folgt 3 zu 4. Dies ist die Quarte, der vierte Ton. Und so weiter. Das klingt zwar abstrakt, ist aber hörbar. Wer versucht, seine Gitarre nach Gehör zu stimmen, wird die Erfahrung kennen. Erreicht man das gewünschte Intervall zwischen zwei Seiten, hört sich der Zusammenklang beider Seiten plötzlich klar und rein an. Deswegen spricht man bei solchen Intervallen von reinen Intervallen. Das ganzzahlige Schwingungsverhältnis ist mit den Ohren leichter zu erfassen als mit dem Verstand. Aus den Tönen, die so gewonnen werden, ergibt sich die Tonleiter. Das ist eine Folge von Tönen zwischen zwei Oktavtönen, die wir als natürliche Reihe von Tönen empfinden. Die Natürlichkeit zeigt sich in den physikalischen Zahlenverhältnissen der Schwingungen. Trotzdem ist es nicht so, dass der Mechanismus der harmonischen Intervallproportionen uns zu einer bestimmten, einzigen und überschaubaren Tonleiter verhilft. Er stellt uns nur den Tonvorrat zur Verfügung, aus dem wir uns die Tonleitern bauen können. Herausgebildet hat sich ein Vorrat von zwölf Tönen, aus denen man Tonleitern mit entweder fünf, das war dann die Pentatonik, oder sieben Tönen konstruiert. Man kann sich das leicht anschaulich machen, indem man sich einfach eine Klaviertastatur vorstellt. Sie verfügt innerhalb einer Oktave über zwölf Töne, die alle den gleichen Abstand voneinander haben. Natürlich nicht in Zentimetern, sondern in der Tonhöhe. Es gibt sieben weiße Tasten und fünf schwarze, wobei die schwarzen erst in einer Zweiergruppe und dann in einer Dreiergruppe zwischen den weißen liegen. An zwei Stellen liegt zwischen zwei weißen Tasten keine schwarze. Wir bezeichnen den Abstand zwischen zwei Tasten als Halbton. Wenn wir eine Taste überspringen, erhalten wir einen Ganzton. Eine Tonleiter gelingt immer, wenn wir einfach von einer beliebigen weißen Taste alle folgenden weißen Tasten betätigen. Wir erhalten ein Gebilde, das aus fünf Ganztonschritten und zwei Halbtonschritten besteht. Abhängig davon, mit welchem Ton wir anfangen, hat jede Leiter, auch Skala genannt, einen anderen Charakter. Und dieser Charakter hängt ausschließlich davon ab, wo im Verhältnis zum Ausgangston wir die beiden Halbtonschritte einbauen. Bezeichnet werden diese Töne einer solchen Ausgangsskala simplerweise mit Buchstaben. Die weißen Tasten folgen dem Alphabet von A bis G. Wobei B auf Deutsch nicht B, sondern H heißt. Die griechischen Musiktheoretiker haben die Tonleitern systematisiert und in verschiedenen Skalen Namen gegeben, die ein wenig nach Architektur klingen. Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Ionisch und Äolisch. Und als Varianten das Ganze nochmal mit der Vorsilbe Hypo ausgestattet. Also Hypodorisch, Hypo Phrygisch etc. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die Musikgeschichte hat später, nach dem Ausgang des Mittelalters, fast alle diese Skalen wieder über Bord geworfen und nur zwei behalten. Nämlich Ionisch und Äolisch. Besser bekannt unter den Namen Dur und Moll. Mittelalterliche Musik In den Gottesdiensten der frühen Kirche waren Instrumente gänzlich verboten. Und man beschränkte sich darauf, Gott in Hymnen zu huldigen. Zwei Formen traten dabei in den Vordergrund. Das sogenannte Psalmen singen und der gregorianische Choral. Dabei handelt es sich um einen einstimmigen religiösen Gesang in lateinischer Sprache, der auch heute noch zur katholischen Liturgie gehört. Papst Gregor vereinheitlichte Ende des 6. Jahrhunderts die römische Liturgie und bemühte sich, wie andere Päpste nach ihm auch, die verschiedenen Gesänge in den diversen Erzbistümern und Klöstern zu sammeln. Dazu war es nötig, die Musik zu notieren. Und nach diversen Versuchen und Varianten einer Zeichensprache setzte sich das System von Guido von Arezzo 992 bis 1050 durch, das die Tonhöhe auf Linien markierte. Die früheste Form unserer heutigen Notenschrift. So entstand der größte Teil der uns überlieferten Musik des Mittelalters als religiöse Musik in den Kirchen und Klöstern. Sie diente ausschließlich der Verherrlichung Gottes. Dabei muss man die Wirkung des liturgischen Gesangs mit der Architektur in Zusammenhang bringen. Betrachtet man die zum Himmel strebenden Kirchenbauten der Gotik auch unter dem Aspekt der Akustik, so werden zwei Effekte der musikalischen Liturgie klar. Gott ist überall, denn der Schall der liturgischen Gesänge wird durch die gesamte Kirche getragen. Und Gott hört alles, weil auch das leiseste Flüstern noch vernehmbar ist. Der durch die Hallwirkung des Kirchenbaus verstärkte lateinische Gesang war vermutlich eine der überzeugendsten Demonstrationen der Allmacht Gottes, die das Mittelalter kannte. Aber auch die weltliche Musik des Mittelalters war vor allem gesangsorientiert. Die französischen Troubadours waren seit dem 11. Jahrhundert die Gesangstars des Adels und des Rittertums. Später folgten die deutschen Minnesänger. Die Melodien ähnelten häufig den kirchlichen Liedern. Es gab einen regen Austausch zwischen beiden Sphären, der mit dem Wort Kontrafaktur bezeichnet wird. Eine Melodie ist eben frei genug, der Huldigung Gottes ebenso zu dienen wie der Huldigung der Geliebten. Und der Text selbst lässt sich einfach ändern. Die in den Städten reicher werdenden Bürger und Handwerker vereinnahmten diese Tradition in Singschulen. In Frankreich waren dies die Puy, in Deutschland die Meistersinger. Bekanntester Vertreter dieser Gattung war der Nürnberger Schuster Hans Sachs, 1494 bis 1576. Während die Adeligen Truver, Troubadours und Minnesänger sich mehr der Kunst der Liebeswerbung und der Bildung ihres Publikums widmeten, waren die Texte des bürgerlichen Lagers bibelbezogen oder politisch-satirisch. Die wichtigste musikalische Innovation in der religiösen Musik des Mittelalters war die Entwicklung der Mehrstimmigkeit. Ihren ersten Höhepunkt erlebte sie in der sogenannten Notre-Dame-Epoche. Diese fällt mit dem Bau der Kathedrale von Notre-Dame von 1163 bis Mitte des 13. Jahrhunderts zusammen. Was bedeutet Mehrstimmigkeit? Die Sänger singen nicht wie im Choral alle das Gleiche, sondern verschiedene Melodien. Das revolutionierte das musikalische Denken, denn nun mussten die Musiker nicht nur darüber nachsinnen, was sich nacheinander gut anhört, sondern auch, was sich gleichzeitig gut anhört und darüber hinaus, welche Abfolge von gleichzeitigen Zusammenklängen interessant klingt. Damit stoßen wir auf das gefürchtete Gebiet der Harmonielehre vor. Der Zusammenklang von mindestens drei Tönen heißt Akkord. Wir wissen schon, dass reine Intervalle gut klingen und weniger reine schlecht. Klingt der Akkord schlecht, spricht man von Dissonant. Klingt er gut, nennt man das Konsonant. Als Konsonante Klänge mit Wohlfühlfaktor galten eigentlich nur Quinten und große Terzen. Quinten kennen wir schon. Eine Terz ist der dritte Ton einer Tonleiter, wobei es zwei Varianten gibt. Die kleine Terz entspricht drei Halbtonschritten. Die große vier. Bei der großen Terz beträgt das Schwingungsverhältnis vier zu fünf. Bei der kleinen fünf zu sechs. Die kleine Terz war der Ruf des Kuckucks, den die Männer früher so fürchteten. Er bedeutete, dass sie gehörnt worden waren. Allerdings wird eine Folge von Konsonanten Klängen leicht langweilig. Und Dissonante Zusammenklänge können ein Stück beleben, wenn sichergestellt ist, dass man am Ende wieder auf einem harmonischen Akkord endet. In der zeitlichen Organisation muss jetzt festgelegt werden, wann der Ton einer Melodie mit dem Ton einer anderen Melodie zusammenfallen soll. Lange hatte es gedauert, bis die Notenschreiber auf die Idee kamen, dass das, was gleichzeitig zu spielen ist, untereinander steht. Lange Zeit hat man die verschiedenen Melodien, die Stimmen einzeln notiert und ist den ausführenden Musikern überlassen, dafür zu sorgen, dass das Zusammenspiel funktionierte. Wir können nun zwei Achsen der Musik erkennen. Die Melodie ist das, was nacheinander erklingt, und die Harmonie ist das, was gleichzeitig erklingt. Wie in der Sprache können wir von der Achse der Kombination das Nacheinander und der metaphorischen Achse der Parallele, dem Nebeneinander sprechen. Um gemeinsam ins Ziel zu kommen, war es nun auch nötig, Notenlängen genauer zu definieren. Dabei griff man zu einem einfachen Verfahren, man nahm eine lange Note und zerteilte sie in gleiche Teile, so etwa wie man einen Apfel in gleiche Segmente zerlegt. Die Teile wurden wiederum auf dem gleichen Wege geteilt. So ergab sich die heutige Bezeichnung der Notenlängen. Es gab eine ganze Note, diese wurde in zwei halbe Noten zerteilt, welche wiederum in zwei Viertel geteilt wurde. Danach kamen die Achtel, Sechzehntel Noten und so weiter. Die absolute Länge ergab sich aus dem Tempo des Stücks. In einem langsamen Stück ist die ganze Note natürlich länger als in einem schnellen Stück. Selbstverständlich konnte man Noten auch dritteln. Das Ergebnis nennt man heute Triolen. Fünftel, Sechstel und Siebtel kommen zwar auch vor, sind aber deutlich seltener. Fast die gesamte Musik kommt mit Halbieren und Dritteln aus. Das Mittelalter allerdings bevorzugte das Dritteln. Eine Dreierteilung wurde Perfekta genannt, während die Halbierung nur Imperfekta war. Damit wollte man die christliche Dreieinigkeit in der musikalischen Struktur ausdrücken. In dieser Zahlensymbolik machte sich wieder der Einfluss von Pythagoras bemerkbar. Als einer der herausragenden Komponisten der Notre-Dame-Schule gilt Perutinus Magnus, der um 1200 in Paris musizierte. Perutinus ist nicht kontemplativ wie die gregorianischen Chorele, sondern sehr rhythmisch und energisch. Besonders gut muss seine Musik im Kirchenschiff von Notre-Dame geklungen haben. Es gibt Aufnahmen, die auf alten Handschriften beruhen. Sein heute bekanntestes Stück heißt Sederund Principes und ist im gut sortierten Musikgeschäft zu bekommen. Barock Das Mittelalter hatte die Tonleitern zum Bau von Melodien festgelegt, die Grundzüge sind voller Zusammenklänge hervorgebracht und die Notenschrift erfunden. Auf diesem Boden wuchs eine so artenreiche musikalische Flora, dass wir hier bestenfalls eine Schneise hindurchschlagen können. Dabei ist die Renaissance in der Musik weniger innovativ als in den anderen Bereichen. Man führte die Entwicklung des Mittelalters fort. Die mehrstimmige Vokalmusik dehnte sich auf den weltlichen Bereich aus. In der geistlichen Musik dominierte wie im Spätmittelalter die Motette. Das war die wichtigste Variante der mehrstimmigen Vokalmusik. Ihr weltliches Gegenstück war übrigens das Matrigal. Im Zeitalter der Reformation war die Motette unter Ideologieverdacht geraten. Sie war immer anspruchsvoller und komplexer geworden, sodass man fürchtete, die christliche Lehre könnte in einer Flut von Tönen untergehen. Es gab Bestrebungen, die Musik völlig aus dem Gottesdienst zu verbannen. Auf dem Tridentiner Konzil 1546 bis 1663 wurde die Rolle der Musik heiß diskutiert. Als Retter der kirchlichen Musik erwies sich der italienische Komponist Giovanni da Palestrina 1525 bis 1594, der die Forderungen des Konzils nach Textverständlichkeit und Würde im Ausdruck in seiner Vokalmusik umsetzen konnte. Palestrina gilt als Erfinder eines Kompositionsverfahrens, das Kontrapunkt genannt wird. Gemeint ist damit ein Regelwerk, das in der Behandlung der einzelnen Stimmen sicherstellt, dass alles schön zusammenklingt. Am Ende der Renaissance entstand dann doch etwas völlig Neues. Man erfand die Oper. Gemäß dem Programm der Renaissance wollte man die alte Tragödie wieder erwecken und man wußte von Aristoteles, dass es sich dabei um ein Musikdrama handelte. Indem man also der Tragödie Musik unterlegte, entstand in Florenz die Oper. Als erste große Oper gilt Claudio Monteverdis Oper Orfeo aus dem Jahr 1607. Von da an waren die italienischen Opern stilbildend und dominierten bis zur Klassik die Bühne. Die großen Opernstars jener Zeit waren Kastraten. Da sie inzwischen ausgestorben sind, werden wir nie wissen, wie eine italienische Oper im Original geklungen hat. Zugleich mit der Oper beginnt das musikalische Barock. Die Instrumentalmusik, die in der Renaissance noch im Schatten der Vokalmusik gestanden hatte, emanzipierte sich und wurde unabhängig. Die barocke höfische Kultur des Absolutismus brauchte neue Formen für ihr Staatstheater. Die Musiker wurden zu Hofkünstlern, die die Musik für gigantische Spektakel lieferten. Einer von ihnen war Antonio Vivaldi, 1678 bis 1741. Dass jetzt auch die Kunst als höhere Berufung galt, illustriert folgende Anekdote. Vivaldi war als Priester ausgebildet, verließ aber während einer Messe unerlaubt seinen Arbeitsplatz, den Altar, um eine musikalische Idee zu notieren, die ihm im Kopf herumging. Zugleich zeigt sich hier die Emanzipation der Musik von der Kirche. Vivaldi blieb nicht lange Priester, sondern etablierte sich schnell als höfischer Musiker. Er hat so viele Stücke geschrieben, circa 500, dass man ihm vorgeworfen hat, ein und dasselbe Stück 500 Mal geschrieben zu haben. Darin spiegelt sich aber weniger Vivaldis Mangel am Können wieder als vielmehr der Musikgeschmack der Zeit. Man verlangte in jeder Saison etwas Neues. Das Neue durfte aber nicht zu sehr vom Bekannten abweichen. Zu den Grundlagen der barocken Musik gehört die sogenannte Affektenlehre, die wir auch aus der Literatur kennen. Aus ihr wurden Korrespondenzen zwischen menschlichen Leidenschaften bzw. Erregungszuständen und bestimmten Klängen abgeleitet. Für Freude zum Beispiel stehen Durklänge, Konsonanz und schnelles Tempo, während Trauer durch Mollklänge, Dissonanz und langsames Tempo ausgedrückt wird. Allerdings huldigte man dabei eher Apollon als Dionysos. Die durch musikalische Gesten ausgedrückten Affekte waren in hohem Maße stilisiert. Die neuen Formen der Instrumentalmusik entwickelten sich aus Bühnenmusik und Tanz. Der Gedanke einer selbstständigen Instrumentalmusik, der man einfach nur zuhörte, war völlig neu. In der Oper gab es eine Geschichte, beim Tanz gab die Musik das Tempo vor, bei der repräsentativen Musik war es der festliche Rahmen, der der Musik eine Funktion zuwies. Aber Musik ohne etwas, an das sie sich anlehnen konnte, war neu. Doch just dies bezeichnete den nächsten Entwicklungsschritt. Aus Opern einleitenden Overtüren wurden Sinfonien, aus Tänzen wurden Suiten. Und genauso wie Tänzer nach schnellen Tänzen einen langsamen benötigen, um wieder Atem zu schöpfen, wechseln sich in Suiten und Sinfonien schnelle und langsame Teile ab. Einer der großen Repräsentanten der Oper ist Georg Friedrich Händel, 1685 bis 1759. Händel hatte schon an der Seite des Carlattis mit seinen Opern Italien erobert und war dann zum Kapellmeister des Kurfürsten von Hannover ernannt worden, der später als George I. den englischen Thron besteigen sollte. Etwa zur gleichen Zeit wird Händel zum Star der Londoner Oper und nach Georges Regierungsantritt zum Musiklehrer der Tochter von Kronprinzessin Karoline. Als das Publikum der königlichen Oper untreu zu werden beginnt, gründet eine Gruppe wohlhabender Musikliebhaber 1719 die Royal Academy of Music als Aktiengesellschaft und mit ihrer Hilfe kann Händel auf dem Kontinent ein teures Ensemble zusammenstellen. Händel eröffnet die neue Saison mit seiner Oper Radamisto. Der rauschende Erfolg löst einen Krieg der Opern aus. Der Graf von Burlington überredet die Royal Academy, die nächste Saison mit Bononcini's Oper Astarto zu eröffnen. Jetzt hat Bononcini Oberwasser, der gleich zwei weitere Opern und die Elegie zum Tod des Duke of Marlborough komponiert. Händel schlägt zurück, indem er für seine Oper Ottona, die legendäre Sopranistin Francesca Cuzzoni engagiert, die mit ihren Allüren die Wut des Meisters und mit ihrer Stimme das Entzücken der Londner erregt. Der König und die Partei der Whigs unterstützen Händel, der Kronprinz und die Tories machen Reklame für Bononcini. Dieser bringt gegen die Cuzzoni die Mezzo-Sopranistin Faustina Bardoni in Stellung. Und Händel treibt den Konflikt auf die Spitze, indem er in seiner Oper Alexandro beiden Diven gleich viele Soli und ein ausgewogenes Duett gibt. Als ihn Bononcini mit gleichen Verfahren in seiner Oper Astianotte übertreffen will, fallen die Anhänger der beiden Primadonnen im Publikum übereinander her, bis sich auch die Diven daran beteiligen. Durch diesen Krieg ist die Stimmung gut vorbereitet worden, als im Winter 1727-28 John Gay seine Beggars-Opera, die Bettler-Opera, herausbringt. Deren Helden sind nicht mehr Cäsar, Darius oder Alexander, sondern die Gangster McHeath, der Bettlerkönig Picham und die Diebe Raufbolde und leichten Mädchen von London. Die Bettler-Opera wurde das Vorbild für die Drei-Groschen-Oper von Brecht. Gay parodierte mit seiner Beggars-Opera den heroischen Stil der Großen Oper. Sein Werk wurde 63 Mal hintereinander aufgeführt und war ein rauschender Erfolg. Händel aber wird durch den Ruin der Großen Oper zur Komposition von Oratorien gedrängt, in denen er Episoden aus der biblischen Geschichte für Chor und Orchester bearbeitet und dabei das Volk Israel in seinem Freiheitskampf gegen Ägypter und Babylonier mit England identifiziert. Sein Meisterwerk in dieser Form ist der Messias. Heute ist es fast unverständlich, dass der Superstar der Barockmusik, Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750, schon kurz nach seinem Tod wieder in Vergessenheit geriet. Aber im 19. Jahrhundert ist er wieder auferstanden und zu Weltruhm gelangt. Heute gehört Bach zur kulturellen Grundausstattung des Festkalenders. Die Matthäuspassion gehört so zu Ostern wie der Osterhase und das Weihnachtsoratorium zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Bach entstammte einer Familie von musikalisch Hochbegabten. Bekannt wurde er zunächst als Organist und fand seine erste Anstellung in Arnstadt-Mühlhausen, bevor er Hoforganist in Weimar wurde. Den Höhepunkt seiner beruflichen Karriere stellte seine Tätigkeit als Hofkapellmeister am Hof von Köthen dar. Dort entstanden viele seiner weltlichen Werke, darunter die berühmten brandenburgischen Konzerte. 1723 wurde Bach Thomas Kantor in Leipzig. Das war ein sozialer und finanzieller Abstieg. Bach beklagte sich gelegentlich über die Sterbeunwilligkeit der Leipziger, weil er für die musikalische Begleitung von Leichenfeiern Geld bekam. Zugleich bekam er in Leipzig die Gelegenheit, seine berühmten Passionen und Oratorien zu komponieren. Bach verstand seine Tätigkeit nicht als künstlerische Genieleistung, sondern als Handwerk innerhalb einer von Gottes Ordnung geprägten Welt. Tatsächlich hat Bachs Musik etwas Handwerkliches. Typisch hierfür ist die Fuge, eine Musikform, die Bach zur Meisterschaft gebracht hat und über die er ein Standardwerk geschrieben hat, die Kunst der Fuge. Eine Fuge, von Lateinisch fugere, gleich fliehen, funktioniert folgendermaßen. Eine Stimme stimmt ein Thema an, so bezeichnet man eine charakteristische Melodie, die als Ausgangspunkt eines Stückes dient. Nach dem Ende des Themas ertönt eine zweite Stimme, die in einer anderen Tonhöhe ebenfalls das Thema spielt, während die erste Stimme eine begleitende Tonfolge hinzufügt. Das ist dann ein Gegenthema, das einen Kontrast zum ersten Thema bildet. Jede weitere Stimme steigt auf diese Weise mit dem Thema ein, begleitet von einer anderen Stimme mit dem Gegenthema, während alle anderen Stimmen die Kapriolen vollführen, die der Komponist für sie vorgesehen hat. Das geht so lange weiter, bis alle Stimmen angekommen sind. Das Ganze wirkt so, als ob alle Stimmen wie die Teile eines Uhrwerks ineinandergreifen. Es ist die Zeit, in der Newtons Gravitationstheorie bekannt wurde und man die Welt im Modell der Uhr dachte. 1747, als Bach 62 Jahre alt war, besuchte er den Hof Friedrichs des Großen, wo sein Sohn Karl Philipp Emanuel Kapellmeister war. Der König bat ihn, auf seinem neuen Silbermann-Klavieren zu improvisieren und Bach spielte aus dem Stehgreif eine Fuge nach der anderen, für die ihm der König das Thema vorgab. Wieder zu Hause goß Bach die Improvisationen in die Form einer sechsteiligen Fuge und machte sie zum Bestandteil eines musikalischen Geschenkpakets an den König, das er »musikalisches Opfer« nannte. Der Experte für künstliche Intelligenz, der amerikanische Wissenschaftler Douglas Hofstader, hat in seinem 1985 auf Deutsch erschienenen Buch mit dem Titel »Göthel, Escher, Bach« behauptet, »Eine sechsteilige Fuge zu improvisieren, bedeute so viel wie, 60 Partien Schach, simultan und blind zu spielen und alle zu gewinnen.« Mit den beiden Teilen des wohltemperierten Klaviers schuf Bach etwas völlig Neues. Eine Folge von Präludien, Vorspielen und Fugen in allen Tonarten. Was war das Neue? Und warum heißt das Klavier »wohltemperiert«? Es war das Barock-Zeitalter, das sich von den vielen Tonleitern, die uns die Griechen hinterlassen haben, zwei ausgesucht hat, nämlich »dur« und »moll«. »Dur« verbinden wir, wie schon gesagt, mit »Heiterkeit«, »moll«, mit »Traurigkeit«. Und das hat einen physikalischen Grund. Eine »dur«-Tonleiter enthält mehr reine Intervalle, nämlich die schon bekannte »große Terz«. Und weiter oben in der Leiter die »große Sechste«, also den sechsten Ton unserer Tonleiter. Eine »moll«-Tonleiter hat hier jeweils kleinere, weniger reinklingende Intervalle, sodass der Klang spannungsreicher ist. So bildet sich ein schöner Kontrast, der unserer Neigung, in Gegensätzen zu denken, entgegenkommt. Hell, dunkel, fröhlich, traurig, heiter, dramatisch, etc. Der erste Ton einer Tonleiter gibt der Leiter den Namen, er ist also der Grundton. Eine »C-Dur«-Tonleiter fängt mit »C« an und alle anderen Töne sind auf ihn bezogen. Bei zwölf Tönen ergeben sich also zwölf »Dur«-Tonarten und zwölf »Moll«-Tonarten. Was macht es dann so schwer, »Stücke in allen Tonarten« zu schreiben? Das Verhältnis der Töne zueinander ist zwar natürlich, aber leider hat die Natur einen Fehler. Wir wissen schon, dass man eine Tonleiter aus reinen Intervallen zusammenbaut. Gleichzeitig müssen alle zwölf Töne den gleichen Abstand voneinander haben. Das aber lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Man kann nicht zwölf Töne in einer Oktave unterbringen und gleichzeitig reine Intervalle haben. Die Natur lässt das nicht zu. Das hatte lange Zeit zur Folge, dass man auf einem Klavier nicht in allen Tonarten spielen konnte, weil das, was in der einen Tonart ein reines Intervall war, in einer anderen nicht mehr rein, sondern schräg klang. Also griff man zu einem Trick. Man verstimmte die Seiten eines Klaviers so weit, dass man zwar keine ganz reinen Intervalle mehr hatte, es aber niemand so richtig merkte. Das Barock neigte sowieso zu theatralischen Täuschungen und so verfiel man auch in der Barockzeit auf diesen Ausweg und nannte das Ergebnis des Täuschungsmanövers temperierte Stimmung. So konnte Bach endlich in allen Tonarten schreiben. Allerdings führte diese Stimmung dazu, dass sich die Tonarten immer noch voneinander unterschieden. Die mit vielen weißen Tasten klangen reiner, die mit vielen schwarzen weniger rein, aber vielleicht auch interessanter. Und deswegen hat beim wohltemperierten Klavier von Bach jedes Stück seinen eigenen Charakter. Die Barockzeit entwickelte auch die Gesetzmäßigkeiten der Harmonielehre. Diese Gesetze schreibt dem Künstler nicht vor, was er zu komponieren hat, sondern sie beschreiben die Grammatik der Musik, die erst die Verständigung zwischen Künstlern und Publikum ermöglicht. Deshalb folgen jetzt ein paar grammatikalische Regeln der Harmonielehre. Zu jeder Tonleiter gibt es einen konsonanten Dreiklang. Bleiben wir bei C-Dur. Zur C-Dur-Tonleiter gehört der C-Dur-Dreiklang, der aus dem C, also dem ersten Ton, dem dritten Ton E und dem fünften Ton G besteht. Dies ist eine große Terz und eine Quinte, also die reinen Intervalle. Nun kann man auf jedem Ton der Leiter drei Klänge mit den jeweils anderen Tönen der Tonleiter aufbauen. Und man erhält für jede Tonleiter drei Dur-Dreiklänge, drei Moll-Dreiklänge und einen etwas schrägen Akkord. Dies sind dann alle Akkorde, mit denen man eine C-Dur-Melodie begleiten kann, je nachdem, was dazu passt. Wobei alle immer auf den Grundton bezogen sind. Taucht ein G-Dur-Akkord auf, heißt das noch nicht, dass wir plötzlich in G-Dur sind, sondern wir hören das G-Dur als Teil einer C-Dur-Akkordfolge. Der G-Dur-Akkord hat nämlich die Wirkung, dass er uns zum Grundakkord zurückzieht. Hören wir also in einer C-Dur-Melodie einen G-Dur-Akkord, weiß jeder, aha, gleich ist Schluss, denn der G-Dur-Akkord bereitet den Schlussakkord auf C-Dur vor. Denn natürlich lässt eine vernünftige Akkordfolge den Hörer nicht im Stich, sondern endet sauber auf dem Grundakkord und hinterlässt auf diese Weise ein zufriedenes, sattes Gefühl, wie bei einem Happy End. Diese harmonischen Effekte bildeten für die Musiker der Barockzeit und auch der nachfolgenden Perioden ein Arsenal der wundersamen Wirkungen. Klassische Periode. Am Ende des Barock wurden die Menschen der komplexen Konstruktion und schwierigen Fugen zunehmend überdrüssig. Sie sehnten sich nach etwas Lebendigem, Heiterem und Natürlichem. Das Ergebnis dieses Geschmackswandels war die klassische Periode. Sie umfasst die kurze Zeit von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis etwa zum ersten Viertel des 19. Jahrhunderts und war doch eine der wichtigsten Perioden der Musikgeschichte mit weitreichenden Veränderungen. Technisch bedeutet das vor allem eine Abkehr von den Polyphonenstrukturen des Barock zu melodieorientierten Stücken. Auch die gesellschaftliche Stellung der Komponisten änderte sich. In der Abfolge der drei wichtigsten Komponisten der Zeit, Haydn, Mozart und Beethoven, vollzog sich, als ob es im Hegelschen Dreischritt wäre, die Ablösung des Komponisten aus seiner Abhängigkeit vom Adel und seine Metamorphose zum autonomen Künstler. Josef Haydn, 1732 bis 1809, war noch von seinen adeligen Arbeitgebern abhängig, die ihm aber genügend Freiraum ließen, die wichtigsten Formen der klassischen Musik praktisch im Alleingang zu entwickeln. Die Sinfonie als Orchestermusik, die Sonate vor allem für Klavier, aber auch für andere Soloinstrumente und das Streichquartett. Für diese Erfindungen nannte Beethoven ihn später zärtlich Papa Haydn. All diese Formen sind durch ein Strukturprinzip geprägt, dem eine eigenständige Dramaturgie zugrunde liegt, die sogenannte Sonatenform. Sie beginnt mit dem sogenannten Kopf- oder Hauptsatz, meistens im schnelleren Tempo, in dem zwei kontrastierende Themen Spannung erzeugen. Dann folgt ein langsamer, lyrischer Satz. Bevor der Hörer in diesem langsamen Satz zu sehr schwelgt, sogar einschläft, weckt ihn entweder schon der lebendige Schlusssatz oder es wird noch ein Tänzchen, ein Menuet, beziehungsweise ein lustiges Stückchen, ein Scherzchen oder Scherzo eingelegt. Der Finalsatz macht dann alles rund und es bleibt der Eindruck einer vergnüglichen oder dramatischen Rundreise, je nachdem, ob in Dur oder Moll. Der Götterliebling unter den Komponisten war Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 bis 1791. Er war ein Wunderkind. Mit drei Jahren lernt er innerhalb einer halben Stunde, Menuette auf dem Klavier auswendig zu spielen. Mit fünf komponiert er bereits und Vater Leopold, der ebenfalls Musiker ist, führt ihn an allen Höfen Europas vor und lässt ihn zusammen mit seiner älteren Schwester Konzerte geben. Mit neun Jahren komponiert er seine erste Sinfonie. Mit 13 wird er Konzertmeister beim Erzbischof von Salzburg. Nach Reisen nach Italien und Paris geht Mozart ins Mekka der Musik, nach Wien und vollzieht den Schritt vom Hofkomponisten zum freischaffenden Künstler. In Wien lebt er von Konzerten, Auftragskompositionen und Unterricht. Und er lebt nicht schlecht, selbst als er mit seiner Konstanze eine Familie gründet. Er gehört zu den bestbezahlten Solisten der Hauptstadt, hält sich ein Pferd und verkehrt in den vornehmsten Kreisen. 1784 tritt er der Freimaurerloge bei und komponiert auch für sie. Mozarts Arbeitsweise ist verblüffend. Er komponiert häufig im Kopf und schreibt das Stück dann einfach nieder. 1786 wird die Oper »Die Hochzeit des Figaro« aufgeführt und erntet gemischte Reaktionen, denn zum ersten Mal zeigt eine Oper soziale Konflikte. Ein spanischer Edelmann möchte ein bürgerliches Mädchen haben, obwohl es verlobt ist. Die Frau des Edelmanns, das junge Mädchen und ihr Verlobter, bilden eine Koalition, um dem Edelmann heimzuleuchten. Es ist drei Jahre vor der Französischen Revolution und die Adligen können nicht mehr tun, was sie wollen. 1787 erlebt Prag die Uraufführung der Oper »Don Giovanni«, die der Geschichte von Don Juan so eine perfekte Form verleiht, dass später der dänische Philosoph Sören Kierkegaard sie zum Modell der ästhetischen Lebensform erhebt. In der Folgezeit gerät Mozart in finanzielle Schwierigkeiten. Der Krieg mit den Türken führt zum Rückgang von Aufträgen und Konzerten. Konstanze wird krank und braucht teure Kuraufenthalte. Mozart schreibt »Cossi van Tute« und das Singspiel »Die Zauberflöte«. 1791 erscheint ein geheimnisvoller Bote, der ihm den anonymen Auftrag erteilt, ein Requiem zu komponieren, also eine Totenmesse, benannt nach dem lateinischen Anfang »Requiem Aeternam Dona Eis Domine«, »Herr, gib Ihnen die ewige Ruhe«. Mozart wird krank, arbeitet auf dem Krankenbett weiter und stirbt am 5. Dezember 1791 gerade 35 Jahre alt, in der Blüte seiner Jahre. Früh bildeten sich um seinen Tod Gerüchte, zum Beispiel, dass Antonio Salieri, der mittelmäßig begabte Hofkompositeur, das göttergleiche Genie Mozart aus Neid vergiftet habe. Das Gerücht wurde im 19. Jahrhundert von Pushkin verbreitet und 1979 von dem englischen Dramatiker Peter Schäffer zum Angelpunkt seines Stücks Amadeus gemacht, das Miloš Formen in den gleichnamigen Film verwandelt hat, für den er acht Oscars kassierte. Mozarts früher Tod verband sich mit der überirdischen Wirkung seiner Musik zu einem Mythos. Er erschien den Nachgeborenen als ein von niederen Naturen verfolgter Götterliebling. In Wirklichkeit war Salieri unschuldig und der geheimnisvolle Bote kam vom Grafen Waldeck, der das Requiem bestellt hatte, um es als seine eigene Komposition ausgeben zu können. Mozart benutzte zwar die überlieferte Formensprache der Oper, der Symphonie und aller Varianten der Instrumentalmusik, belebte sie aber mit seinem eigenen persönlichen Ausdruck und Temperament. Seine Musik war elegant und konnte empfindsam sein, wurde aber nie sentimental. Seine Opern wandten sich von den Schicksalen von Darius und Alexander ab und den Problemen der eigenen Zeit zu. Und in der Zauberflöte, deren Textvorlage oder Libretto ein Freimaurer geschrieben hatte, kämpften gar Sarastro und der bunte Eingeweihten für die Ideale der Aufklärung und der Gerechtigkeit. Und Prinz Tamino musste Prüfungen bestehen, die den Aufnahmeriten der Freimaurer Loge entsprachen. Repräsentiert Mozart den Übergang vom Hofkomponisten zum Künstler, der für den freien Markt produziert, wird Ludwig van Beethoven 1770 bis 1827 zum Urbild des freien genialen Künstlers selbst. Zunächst als Pianist gefeiert, kann er sich mithilfe diverser Gönner schnell als freischaffender Komponist etablieren. Er wird schon früh schwerhörig und schließlich völlig taub. Das isoliert ihn gesellschaftlich und zwingt ihn dazu, nur noch in seiner Vorstellung zu komponieren. Dabei fällt ihm das Komponieren nicht leicht. Im Gegensatz zu früheren Tonsetzern, die das Komponieren lernten und ausübten wie ein Handwerk, wollte Beethoven mehr. Die Verbindung von tiefer Empfindung und humanistischer Botschaft in formal sehr detailliert konzipierter Musik. Wie seine Skizzenbücher belegen, braucht er viele Entwürfe. Teilweise arbeitet er über Jahre an seinen Stücken. Das Ergebnis hat dann aber auch eine andere Qualität. Er erfindet die Musik als eigenständige Kunst, ignoriert die Erwartungen einer oberflächlichen aristokratischen Unterhaltungskultur. Seine Musik ist genauer notiert als beispielsweise Mozarts. Während dieser den Solisten in seinen Konzerten Raum für Improvisationen lässt, legt Beethoven seine Partituren genau fest, In seine Zeit fällt die Erfindung des Metronoms, sodass Beethoven auch das Tempo in genauen Zahlen festlegen kann. Beethoven hat vor allem Instrumentalmusik geschrieben. Am bekanntesten sind seine Sinfonien und seine Klaviersonaten. Er hebt die Entwicklung der klassischen Sonatenform auf eine neue Stufe, indem er sie formal zum Äußersten treibt und mit dramatischen und außermusikalischen Gedanken unterfüttert. Die berühmte Ode an die Freude am Schluss seiner neunten Sinfonie ist eine besonders deutliche Ausformung der revolutionären Haltung des Komponisten. Durch schiere Intensivierung des Ausdrucks hat Beethoven die Musikentwicklung in eine neue Richtung gelenkt und die nachfolgende Epoche die Romantik eingeleitet. Er selbst stellt, wie die Dichter Lord Byron oder Friedrich Schiller den neuen Typ des autonomen Künstlers dar, der sich niemandem mehr verpflichtet fühlt als allein seiner Kunst. Das drückt sich physiognomisch in Beethovens intensiv nach innen gekehrtem Blick und seiner wirren Mähne aus. Nicht ohne Grund ist seine Büste zum Verkaufsschlager geworden. Romantik Der herausragende Vertreter der frühen Romantik ist Franz Schubert, 1797 bis 1828 Während Beethoven das Toben des Sturm und Drang repräsentiert, steht sein Zeitgenosse Schubert schon für bürgerliche Ähnlichkeit. Seine beliebten Schubertiaden, das fröhliche Beisammensein einer Art Künstlerkommune, brachte die Musik weg von der Bühne der Wiener Gesellschaft, hinein in die gute Stube der Bürger. Schubert ist vor allem für seine Lieder, seine Klaviermusik und seine Streichquartette bekannt geworden. Alles Musik für das häusliche Wohnzimmer des Biedermeier. Deshalb nennen wir sie heute noch Kammermusik. Doch Raum ist in der kleinsten Stube auch für ein großes Werk. Die genaue musikalische Textumsetzung der Lieder, besonders in seiner Winterreise und die Melodien seiner Instrumentalmusik haben eine unerreichte Qualität. Die Verbindung von klassischer Form und bürgerlicher Empfindsamkeit, die die Musik bei Mozart, Beethoven und Schubert eingegangen ist, machen die Jahre um die Jahrhundertwende zur interessantesten Periode der Musikgeschichte. Besser konnte es eigentlich nicht werden. Besser wurde es auch nicht. Denn das 19. Jahrhundert erfand lauter Einrichtungen, die die Musik zugleich vermarkteten und heilig sprachen. Den Verleger, den Musikkritiker, den Virtuosen und die Idee, dass Musik ein Kunstwerk sei, das deshalb nicht unterhalten dürfe. Kurz, man erfand den bürgerlichen Musikbetrieb. In ihm erlitt die Musiker ein ähnliches Schicksal wie das Bild der Frau. Sie war entweder Hure oder Heilige. Dem entsprach die Teilung in E-Musik und U-Musik. Mozarts Zauberflöte ist das letzte Musikstück, das sich mit dem Edelpaar Tamino und Pamina der Moral widmet, aber mit Papageno und Papagena, den beiden schnuckeligen Paradiesvögeln, den Spaßfaktor nicht vernachlässigt. Zudem lastete der Nachlass Beethovens schwer auf dem musikalischen Nachwuchs. Beethoven hat im Alleingang alles gesagt, was mit einer Sinfonie zu sagen war. Das löste die Suche nach neuen Formen und den Kampf zwischen Erneuerern und Bewahrern aus. Als Bewahrer wurde von der Kritik Johannes Brahms 1833 bis 1897 angesehen, der allerdings selbst darunter litt, dass sich seine Sinfonien anhörten wie die von Beethoven. Von Seiten der Erneuerer wurden verschiedene Lösungen angeboten. Eine davon war die Programmmusik. Statt sich an formale Modelle zu halten, wie die Sonatenform, wurden Geschichten erzählt. Außer musikalische Inhalte bestimmten den Ablauf der Musik. Hier wurde gewissermaßen die Filmmusik erfunden, bevor es den Film gab. Der Prototyp der Programmmusik ist Hector Berlioz' Symphonie Fantastique aus dem Jahre 1830, die den Liebeskummer und den Drogenrausch eines romantischen Jünglings beschreibt. Ähnlichkeiten mit Erlebnissen des Komponisten sind da nicht zufällig. Franz Liszt 1811 bis 1886 entwickelte die symphonische Dichtung und versuchte sich an einer Faust-Sinfonie. Auf die Spitze trieb es Richard Strauss 1864 bis 1949, der von sich behauptete, er könne das Einschenken von Bier in ein Glas so in Musik übersetzen, dass man auch die Biersorte erkennen könne. Die Schwäche dieses Konzepts ist offensichtlich, da Instrumentalmusik nun mal ohne erklärende Worte auskommen muss, muss man das außermusikalische Geschehen kennen, um zu verstehen, worum es geht. Ohne dieses Wissen bleibt die Musik eine Abfolge von lauten und leisen, schnellen und langsamen, lyrischen und dramatischen Momenten, deren Zusammenhang nur Fragezeichen hinterlässt. Für Robert Schumann 1810 bis 1856 wurde das künstlerische Leben selber zum Programm. Die wichtigste außermusikalische Erfahrung war für ihn die Poesie. Sein Künstlervorbild Jean-Paul. Doch er ruinierte seine virtuose Karriere als Pianist durch einen wenig poetischen Unfall, der eines Tristram Shandy würdig gewesen wäre. Er baute sich einen Apparat zur Stärkung des Ringfingers und zog sich durch ihn eine chronische Sehnenzerrung zu. Dann heiratete er die Pianistin Clara Wieck, nicht ohne vorher sich mit ihrem Vater gerichtlich auseinanderzusetzen. Clara Schumann war eine erstaunliche Frau. Sie war eine angesehene Pianistin, komponierte selbst und gebar acht Kinder, die sie praktischerweise bei Verwandten unterbrachte, damit sie ihre Etüden nicht störten. Um sie in Erinnerung zu behalten, schrieb Schumann seine Kinderszenen. Nebenbei gründete er die neue Zeitschrift für Musik, die heute noch besteht. Sein Ende wirkt wie eine Illustration der These von der Verwandtschaft zwischen Genie und Wahnsinn. Nach schweren Depressionen stürzte er sich bei Düsseldorf in den Rhein und wurde daraufhin in ein Irrenhaus eingewiesen, wo er ein paar Jahre später starb. Schumann und Felix Mendelssohn 1809 bis 1847 waren die Komponisten, die Johann Sebastian Bach für ihre Zeit wiederentdeckten und zur Aufführung brachten. In Mendelssohn sehen wir wieder den Schatten Mozarts. Er fing schon als Kind an zu komponieren, er komponierte leicht und wurde erfolgreich. Doch wie Mozart starb er früh. Trotz wunderbarer Werke wurde er vor allem unsterblich durch seinen Hochzeitsmarsch oder besser gesagt den Hochzeitsmarsch. Eine weitere Antwort auf die Formkrise des 19. Jahrhunderts lag in der Entwicklung nationaler Musiken. Mit dem Boom des Nationalismus im 19. Jahrhundert verbanden viele Komponisten ihre Musik mit den nationalen Mythen und der Folklore. Brahms »Deutsches Requiem«, Friedrich Smetternas »Zyklus »Mein Vaterland« mit der schnell fließenden Moldau« und Edward Griecks »Per Gint Suite« sind berühmte Beispiele. Die bisher von Italien dominierte Opernwelt spaltete sich auf in eine französische, italienische und eine deutsche Oper. Weil die Russen nicht mitmachen wollten, begründeten sie kurzerhand die russische Ballett-Tradition. Gleichzeitig wurde der bisherige Internationalismus der Musik durch nationale ressentiments zersprengt. In Deutschland zum Beispiel galt die französische Musik bald als minderwertig, da sie nicht den deutschen Ansprüchen auf Bedeutungsschwere und Ernsthaftigkeit entsprach. Eine polnisch-französische Brücke schlug Frédéric Chopin 1810 bis 1849. Geboren in Polen als Kind eines französischen Vaters und einer polnischen Mutter und wie Mozart und Mendelssohn ein Wunderkind, zog es ihn in die anregende Atmosphäre von Paris, das Liszt und Paganini zum Mekka der Virtuosen gemacht hatten und beschloss, das Klavierspiel zu revolutionieren. Dabei mied er wegen seiner schwächlichen Gesundheit die Konzertbühnen, obwohl sein gleichermaßen lyrisches wie virtuoses Klavierspiel trotz seiner kleinen Hände jedermann begeisterte. Dann wurde er zum Pionier des Tourismus, entdeckte mit der Dichterin Georges Saint-Majorca als Urlaubsziel und entschloss sich, wieder das Mozart-Klischee zu erfüllen und jung zu sterben. Eine Gruppe russischer Künstler um den Komponisten Michail Glinka 1804 bis 1857 blieb im Osten und bezog ihre Inspiration aus der Folklore und der russischen Sagenwelt. Sie nannten sich das mächtige Häuflein. Von den Mitgliedern dieser Gruppe ist uns heute noch Modest Mussorgsky 1839 bis 1881 bekannt, vor allem durch seine Bilder einer Ausstellung. Ein Werk, das beispielhaft illustriert, wie die Malerei die Musik inspirieren kann. Die Bilder einer Ausstellung sind Klavierstücke, die den Klang des Klaviers derart ausreizen, dass viele nachfolgende Musiker sich animiert fühlten, die Bilder zu instrumentieren. Von der Orchesterfassung von Ravel über frühe Synthesizerklänge bis hin zu Artrock. Wassily Kandinsky hat dann wieder Bilder dazu gemalt. Doch dieses Stück stellt eher eine Ausnahme im Werk Mussorgskys dar. Die Komponisten der Gruppe Das mächtige Häuflein produzierte vor allem volkstümliche Opern mit russischer Folklore. zur sogenannten nationalrussischen Schule gehört auch Piotr Tchaikovsky, den wir aber weniger wegen seiner elf Opern als wegen seiner drei Ballette lieben, Schwanensee, Dornröschen und der Nussknacker. Erst über diesen Umweg werden wir zur dritten Antwort auf die Formkrise des 19. Jahrhunderts geführt, nämlich zur Oper. Für die Oper war der Übergang zur Romantik zunächst einmal ein leichter Schritt. Man bearbeitete einfach romantische Stoffe voller Wald- und Wiesen-Stories und wundersamer Wesen aus allen möglichen Ober-, Unter- und Zwischenwelten. Populärer Vertreter dieser Gattung ist der Freischütz von Karl Maria von Weber 1786 bis 1826. Der Song »Wir winden dir den Jungfernkranz« wurde zu einem Schlager, der Zeitgenossen wie Heinrich Heine fast um den Verstand brachte. Die italienische Oper wurde im 19. beziehungsweise anfangs des 20. Jahrhunderts von Rossini, Donizetti, Verdi und schließlich Puccini zu neuen Höhen geführt. Sie alle blieben von der deutschen Romantik ziemlich unberührt und inszenierten dafür mit großer Geste große Stoffe wie zum Beispiel Shakespeare's Dramen. Formale Innovationen gab es aber kaum, weil das italienische Publikum zu Gesangs verliebt war. Die klassische Oper bestand ja aus einzelnen Nummern, Arien, Duetten, Ensembles, verbunden durch das Rezitativ, eine Art Sprechgesang, in dem, um die Handlung in Gang zu halten, erzählt wurde, worum es überhaupt ging. Das alles änderte sich mit Richard Wagner 1813 bis 1883, dem Großmeister der romantischen deutschen Opern. Er ist eine Figur, an der sich bis heute die Geister scheiden. Vor allem die Wertschätzung durch Hitler, sein Antisemitismus und die Deutschtümelei seiner in germanischen Stabreim geschriebenen Texte etwa so Tankwart der Tumpe spielt Totod der Tor haben sein Bild ins Zwielicht getaucht. Er entnimmt die Stoffe für seine Musikdramen der nordischen Sagenwelt. Sein größtes Werk ist der Zyklus Der Ring des Nibelungen. Zu den anderen Opern gehören Tristan und Isolde, die Meistersinger von Nürnberg und Parsifal. Zusätzlich wird sein Image eingefärbt durch die Verbindung mit dem verrückten Bayernkönig Ludwig II. und durch seine Neigung zu pathetischer Selbstinszenierung. Diese gipfelt in der Gründung eines Kultes, dem in Bayreuth ein Heiligtum gebaut wird, das Festspielhaus. Seine Frau Cosima Wagner, eine Tochter des Komponisten Franz Liszt, treibt hierfür die Mittel auf. Die Herrschaft über das Festspielhaus wird dann auf den Sohn, den Dirigenten Siegfried Wagner und von diesem auf den Enkel, den Intendanten Wieland Wagner vererbt. Im Wagner-Kult trifft eine Dynastie auf eine Gemeinde. Doch zu Wagners eigener Zeit ist dieser Kult mehr als eine persönliche Marotte. Er zeigt, dass die Kunst den Gipfel ihrer Herrschaft erklommen hat. Und als Gipfel der Kunst gilt vielen Zeitgenossen, etwa Schopenhauer, die Musik. Im Symbolismus versucht auch die Dichtung wie Musik zu werden. Und im Ästhetizismus der Jahrhundertwende löst sich selbst das Leben in Kunst auf. Entsprechend sucht Wagner alle Künste unter der Herrschaft der Musik in einem Gesamtkunstwerk zu versammeln. Text, Musik, Bühnenbild und Choreografie werden in bisher nicht gekannter Intensität aufeinander bezogen. Und seine Opern zerfallen nicht mehr in Nummern, sondern werden so durchkomponiert, dass innerhalb eines Aktes alles aus einem Guss ist. Dazu denkt Wagner sich ein neues Konstruktionsprinzip aus, das Leitmotiv. Alle bedeutenden Elemente einer Story enthalten jetzt eine Art musikalisches Erkennungszeichen, so wie etwa eine Person an ihrem Tick erkannt wird. Aber das gilt nicht nur für Personen, sondern auch für Gegenstände, Gefühle und Situationen. So besteht etwa das Schwertmotiv bei Siegfried aus einer männlich aufsteigenden Tonfolge. Aus diesem Motivbaukasten setzt Wagner seine Opern zusammen. Varianten der Motive deuten Veränderungen an. Erklingt das Schwertmotiv auf einmal in Moll, bedeutet das eine Schwächung von Siegfrieds Macht. Noch in einer anderen Hinsicht gilt Wagner als exemplarisch. Der Romantik reichen die klassischen Harmoniefolgen, also sechs Akkorde, zu einem Grundton nicht mehr aus. Immer komplexer werden die Harmoniefolgen, immer mehr Töne, die die Klassiker noch nicht in einem bestimmten Akkord geduldet hätten, werden hinzugefügt. Und immer neue Kombinationen von Akkorden werden zusammengestellt. Für einige Zeitgenossen bedeutet Wagners Tristan-Akkord am Anfang von Tristan und Isolde das Ende der Harmonie. Die Akkordreihe, die nun folgt, ist zwar noch auf einen Grundton bezogen, aber dieser kommt gar nicht mehr vor. Mit der Jagd nach immer mehr Ausdruck, noch höherer Kunst und noch tiefere Bedeutungen der Musik kommt die romantische Musik an ihre Grenze. Und jenseits dieser Grenze liegt die Moderne. Die Moderne. Als erster moderner Komponist gilt Gustav Mahler 1860 bis 1911. Eigentlich ist er ein Romantiker und Wagner-Fan mit einem Hang zum Gigantischen. Seine Sinfonie der Tausend benötigt 1379 Musiker. Aber er beginnt seine Sinfonien in Richtung einer collagenartigen, sich selbst reflektierenden Musik aufzulösen. Die chaotisch-akustische Umwelt wird ihm zum Vorbild einer disparaten Zusammenstellung von Klängen, in denen Musik sich selbst kommentiert. Ein Vogelswitschern wird erst täuschend echt nachgemacht und wandelt sich dann zum musikalischen Motiv. Die Musik einer Blaskapelle wird als akustischer Hintergrund eingeblendet und Banales wird mit Künstlerischem gemischt. Das Ganze ist gerahmt von einer expressiven, dem unbewussten nachlauschenden Klangwelt, die Malers Gefühl der Entfremdung in der Welt ausdrückt. Er fühlte sich in dreifacher Hinsicht heimatlos als Böhme in Österreich, als Österreicher oder Deutschen und als Jude in der ganzen Welt. So ist es nicht verwunderlich, dass er auf Sigmund Freuds Couch zu liegen kam. Dort ging ihm die Bedeutung eines persönlichen Kindheitserlebnisses auf. Als sein Vater mal wieder seine Mutter misshandelt hatte, rannte der kleine Gustav in seiner Verzweiflung aus dem Haus, wo ein Straßenmusiker einen Gassenhauer zum Besten gab. Die Verknüpfung von fröhlicher Musik mit persönlichem Leid war prägend und stellte die überlieferten Schönheitsvorstellungen auf den Kopf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann in der Musik, wie in anderen Künsten auch, die Zeit der Verstörung. Die Impressionisten machten den Anfang. Claude Debussy 1862 bis 1918 suchte neue Klänge, indem er wie in der Malerei die alte Formensprache zugunsten von diffus wirkenden Akkordfolgen und Tonleitern auflöste, um zum Ausdruck des Atmosphärischen und zur Wiedergabe von Stimmungen und Farben vorzustoßen, wie zum Beispiel in seinem Orchesterstück La Mer. Obwohl klanglich noch konsonant, sind die Akkordkombinationen und Tonleitern so neu und ungewöhnlich, dass das Publikum sehr verstört darauf reagiert hat. Ebenso verstörend ist das Wirken eines in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Künstlers und Freundes von Debussy, Eric Satie, 1866 bis 1925. Ein skurriler Pianist, bekannt mit den Surrealisten und Künstlern anderer neuartiger Stilrichtungen sagte er Dinge wie »Wenn die Musik tauben oder stummen Menschen nicht gefällt, so ist das kein Grund, sie gering zu achten.« Er schreibt Musik über Musik, wie zum Beispiel eine Sonatbürokratik, die die Geste der bürgerlichen Klaviermusik lächerlich macht. Er schreibt Spielanweisungen, die die 18-stündige Wiederholung mancher Passagen vorschreiben, veröffentlicht Werke, deren Anhören er verbietet und gründet eine Kirche, deren erstes Gebot es ist, dass nur er selbst Mitglied sein darf. Gleichzeitig schreibt er mit seinen Stücken Gymnopédie und Gnossien, beides dadaistische Unsinns-Titel, Musik von einer außerweltlichen, aber gänzlich unromantischen Schönheit. USA. Satie findet selbst Beitrag Amerikas zur Musik geht auf die Kultur der Afroamerikaner zurück, den Jazz. Eine Erweiterung der musikalischen Form und Sprache versucht aus dem Blues Schön in einer Mischung aus traditionellen afrikanischen Gesängen, christlichen Hymnen und europäischen Haltüberlegung aus, dass, wenn die Romantik die traditionelle Klänge aus Osteuropa bringt, man eben die weniger schönen Auswanderungswellen nach Amerika und beleben die Szenation der Dissonant Klänge der Klamide. Dissonanten Klänge sind nicht nur schnell belegt sich diese Musik vor dem die Harmonie am Schluss noch schöner Klänge zu lassen, sondern Eigenstellen Weggekehrt von der Landwirtschaft Der zweite Schritt besteht darin, dass ein alte Dur- und Moll-System entspringt der Treibende Racktime dem Rattern der Züge die schwarzen Tonleiter nicht so ohne weiteres loszuwerden schnell da sie auf der natürlichen Wirkung der Töne beruht und die Welle Schwabsch nach Europa ist die Erfindung den Jazz-Elemente in ihre Musik einbauen. Sie basiert auf einer Einfachheit wollen amerikanische Komponisten in einer Tonfolge Reihe und der Rest eines Stückes muss auf diese Reihe aufgebaut Innerhalb der Reihe darf keine Note auf Kosten der anderen betont werden. Weiter geht es Das Prinzip ist also ein absoluter populären Swing und legendären Big Bands von Duke der musikalischen Entropie ist der physikalische Begriff für den Wermethod. Schönbergslehre hat großen Einfluss auf andere Drogen aus geübt. Einige seiner Studenten sind bedeutende Komponenten unter ihnen wie der europäischen Kunstmusik. Sie sprechen mal noch ein Experten Publikum an. Der Jazz bringt aber eine Komponente zu in die Neusicht in Schönbergs für die Gestaltung des Umsetzers Adrian Leverkühn ist eine körperliche Musik und der Körper als musikalisches Leverkühn darf wieder mitschreiben symbolisch dass die musikalische Befreiungsbewegung der Nachkriegszeit wie der Rock'n'Roll Seele dem sexy Hüftschwung daraufhin lässt der Teufel den Namen Swirl Perros das Becken ein. Inzwischen ist der See längst erhoben die Wiedervereinigung von extatischer Kauperlichkeit und Musik dabei hat zum Ausdruck dass die Musik auch die Jugendokultur erobert hat Wir werden von König Pop Man kann nichts sagen dass schöne Stämme Clans und Anlubs die alle ihre eigenen Stamm 1882 bis 1910 wesentlich besser Techno Haus Hip-Hop Komponente Musik die Aussehen wie Rolling Stones Baute er auf alten Teilweise Klassischen Teilweise Archaalischen Formen auf die er dann so ironisch arrangierte dass er seine Musik als öffentlich darin diese Vielfalt für Kombinationen Wiese heißt Cross schockierte durch seine heidnische Thematik und seine klassische Orchester Spielen Pop Tenöre und Pop das Verfahren und der Nationale Folklore verbindet sich mit urbanen Klängen zur Werden Schönberg und Stravinsky das heißt auch grenzgeneral Gesellschaft Genossen Spielten Sergei Prokofiev 1893 bis 1953 und im 20. Jahrhundert ist das industrielle Zeitalter bis 1975 versteckend mit der sowjetischen technischen Erfindungen die Schaderte widersprechen sich bei ihnen die offizielle optimistische Stimmung und der untergründige Protest durch sie konnte eine demokratische Musikkultur entstehen in der jeder Zugriff auf jede Art von Musik hat das hat eine millionenschwere Entertainment Maschine in Gang gesetzt die weltweit mit Hightech operiert wie auf Shakespeare's Zauberinsel in dem Drama der Sturm ist die Welt erfüllt mit Klängen Einige werden den Zeiten nachtrauern in denen Musik noch Kunst war aber Pythagoras hätte heute in jedem Kaufhaus seinen Traum von der Sphärenmusik erfüllt gesehen Zauberinsel Zauberinsel Zauberinsel